Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play The Division. Und ich bin nicht alleine, nein, der Gnoll aka Ayriokat ist auch dabei. Hallo zusammen, auch von mir ein herzliches Hallo. So wie in den letzten Folgen. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal kurz in die Karte schauen. Und anbieten würde sich wohl die U-Bahn-Leichenhalle. Genau, den letzten Block, den wir noch haben. Quatsch jetzt noch ein bisschen. Lass einfach beim Laufen. Eigentlich würde ich nämlich sagen, eigentlich würde ich nämlich sagen, dass ich herausgefunden habe, dass man diese Ne-Missionen, die zwar schon auf der Karte angezeigt werden, wo man Vorräte sammeln kann, oder die eben durch die Farbmarkierung in den einzelnen Bereichen in der Operationsbar ist zugeordnet werden können, die können wir zwar schon machen, allerdings können wir die Vorräte aktuell noch nicht mitnehmen, weil uns die jeweilige, wenn der Bereich noch nicht freigeschaltet ist. Dementsprechend lohnt das noch nicht so wirklich. Oh, war dann Zivilist dabei? Ich weiß nicht, ob dann... Aber wenn einer dabei war, ist er jetzt nicht mehr dabei. Ja. Welche Doppeljacke? Nehme ich mit. Sieht gut aus. Ich habe übrigens eine Mütze gefunden. Warte mal, ich will mir mal die Mütze aufsetzen. Wo war denn das Aussehen? Charakter. Hier aussehen. Hüte. Nimm da die einfache Mütze. Und... Cooler Allwetterparker. Hier eine Doppeljacke nehme ich auch noch. Ich nehme einen Slautschi, den habe ich jetzt angezogen. Sieht richtig sexy aus. Schau mal an. Ich finde, ich sehe echt aus wie ein Bad Boss jetzt. Alles klar. Okay, wir machen weiter. Warte mal, da ist so eine Kiste. Vielleicht kann man die looten. Wo ist eine Kiste? Wo siehst du denn eine Kiste? Aber da ist doch irgendwas drin, oder? Da ist sie da. Pläne. Also, was wirst du später machen? Wenn das alles vorbei ist, meine ich. Oh, ich lege mir einen heißen Schlitten zu und fahre nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeige ihm, wie wir es an der... Oh Mann, das war ein Ding. Aber von David schon geschlossen. Nee, das ist ein Freund. Wer ist hin? Wer ist weg? Sehr gut. Oh, ich habe auch ein paar wieder was Gründes gefunden. Sehr schön. Ich habe immer noch eine neue Fähigkeit ausgerüstet. Und zwar für die Deckung. Ich nehme mir mal diese erhöhte Stellung ein. Auch die erhöhte Stellung ist aber eher ungut, weil ich merke, dass sie ist nach hinten nämlich offen. Ah, falscher Knopf. Ich werde mich mal hierhin bewegen und habe mir die Stellung mal gebufft. So, habe ich jetzt eine erhöhte Schadensresistenz und einen Schadensbonus. Na, voller neben geschossen. Sag mal, ich deckt nach oben, nach Norden ab. Da sind die Feuerwanzen. Ja, ja. Wenn man die so... Wo sind die denn gerade? Ach, die kommt von hinten gerade. Ja, ja. Werden die festgesetzt, was du da ist, das ist ja cool. Du kannst sie festsetzen. Ja, festsetzen im Sinne von hinter der Deckung halt. Ja, ja. Und da konnte ich durch das Auto schießen. Oh, ich habe ja eine Struktplinte. Hast du das schon wieder, oder wäre ich das? Was denn? Der sich explosiert ist. Ne, es war ich. Haftmine. Bezugswestern. Wo ist denn der Nachschub? Ne, der kommt jetzt hier an. Na, position und startbereit. Wo sind wir hier noch eine Wächtermaske? Ja, war doch wieder schöne Action. Also Action kommt hier definitiv nicht zu kurz. Action, action, action. Ganz viel davon. Ah, Hund. Aber Hund wird nicht angeschossen. Ich habe was gehört. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das der Interesse der Klinas daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt. Aber tun Sie, was nötig ist, damit Rose uns den Saft wieder anregen kann. Das heißt, falls er noch lebt. So. Dreh den Saft wieder an. Wir brauchen Strom. Das war übrigens hier gesperrt in der Beta. Also dieses... Ah. Das Ding hier habe ich schon mal wahrgenommen, aber man konnte nicht rein. Ansonsten können wir kein Kika gucken. War nämlich auch verstrahlt. So schön verstrahlt. Ich hebe ab zum Mars. So. Wir haben irgendwo noch eine Gegnergruppe gehabt. Ah, Gegnergruppe. Wo seid ihr? Erstmal alles nachladen. Dann Ruhe. Weg mit dir. Schön den Tank von ihm erwischt. Schön. Die Explosionen hören sich geil an. Ja, absolut. Oh. Natur-Talent freigeschaltet. Hurra. Das war ein Reflexschuss. Hey. Wenn ich komme von da hinten irgendwas gleich noch. Hier noch schicke Cargo-Hose. Ach, hallo. Ich komme hier irgendwie rein mit dem Dietrich-Set. Da gibt es irgendeine... Ich habe hier eine Tasche. Vielleicht ist hier auch noch was für dich, weil es war grün. Ja, ich komme. Ich musste gerade nur mal einen Gegner... Alles klar, du. Absolut. Absolut gut. Eine Kiste. Ein verstellbarer Holz da. Ah ja, das heißt nichts. War mit. Nett von dir, dass du das sagst. So. Was haben wir denn da hinten? Weggemarscht. Au, au, au. Mit wann haben die eigentlich so Raketenwerfer, also so Flammenwerfer. Ah, sie haben tatsächlich... Ja, ja. Tatsächlich rennen die mit Flammenwerfer rum. Ja, ja. Das ist ja nicht nett. Nee. Können ziemlich wehtun, wenn sie... Ja. Habe ich auch so die Befürchtung. Aber da ist noch eine Munition, gell? Wenn du brauchst. Nee, brauche ich gar nicht. Okay. Ich habe sogar noch... Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen. Das sind nämlich die Cleaners ganz genau. Also Vorsicht. Sie arbeiten in Team. Cleaners sind nämlich ehemalige Feuerwehrleute. Tatsächlich. Warum machen die dann sowas? Funktioniert das hier an? Ja, weil die Dame denken, sie würden hier die Ding... Äh, die Krankheit bekämpfen. Mit diesem Ausbrennen. Das war deren Hintergrund. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? M1A Classic. M1A Classic. Oder das Wohl und Wohl sogar ein Megler. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollar-Grippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin in ihrem eigenen Zeitplan. Ich glaube, ich bin da ein Scharfschützengewehr. Sehr, sehr gut. Habe ich einen Ansatz für mein, äh, anderes Gewehr. Na, das ist immer... Man braucht immer... Der Trend geht einfach auch zum Zweitgewehr. Der Trend geht zum Zweitgewehr. Natürlich. Jeder sollte ein Zweitgewehr haben. So. Wer eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Failau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rose. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundär-Relais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Welche Maske? Sonst sind Sie tot. Naja, sympathisch. Warnung, die Daten sollten auf ein kontaminierter Gebiets hin. Sie verlassen das kontaminierte Gebiets. Uuuuh. Ja, der hat... Aber... Au, 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 der hat gesessen. Holy fuck, der hat echt gesessen. Ein Gott. Ja, die hat es auf die Abgesehen gehabt. So, fahren wir es mal hoch. Fahrs hoch. Wer fährt es hoch? So, da vorne ist wieder Muni. Nimm ich einfach trotzdem an. Für den Job brauche ich mehr Hände, als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Wie logisch. Sie werden Sie bekommen. Alle Hilfe, die du willst. ausgewechselt werden müssen ja jetzt muss man auch module auswechseln also die war ganz schön stark aus hier er schaut ja unten liegt die leichen übrigens warum sind die eigentlich hier ja irgendwann in der u-bahn ist halt platz in der u-bahn ist halt platz ja wie so ein wie so eine alte salzmine einmal hat er wieder gegner gefunden und kompensator und rennt irgendjemand wenn der mal nicht hier hoch will ja da war doch was der komponenten gefunden sehr gut jetzt muss ich mit dem kasten rumlaufen sehr gut aber da oben muss ich die einsetzen da genau ja exakt so ist es muss ich wenigstens nicht weit laufen um ihre seite reindrückt alles klar wie soll es auch anders sein schön schnappt sie euch kommt dann noch wer oder was ja ich habe irgendwie die vermutung es schaut aber gut aus jemand hat noch was gesagt ja definitiv war da noch was ach nee ich wo glaube ich nicht da drüben sind sie übrigens dann haben wir jetzt quasi ein filter an für ich weiß es ehrlicherweise nicht bei mir steht wohl filter 0 von 1 lustiger weise und bumm ja das schaut schon sehr nice aus wenn er da rauskommen würde ich habe mal erwischt den habe ich auch erwischt jawohl sehr schön wir können es das war der letzte ja schon gut das heimlich mal eben wenn der laser point und trage rucksack sehr sehr gut sehr sehr geil aber da oder gleich ist gut bei mir das heißt da kommt da noch aber ich würde ich das hier nur so machen da kommt so ein fett doch nicht da kommt machst du das ich halte den rücken frei alles klar hier direkt oder muss man ja ja alles gut da war noch einer habe ich noch schnell mitnehmen müssen so und da jetzt hinlaufen komm mal zu mir kommen zu mir bitte hinter mir bekommen da mir ich bin bei dir ich bin bei dir dort erwischt erwischt davon ist noch einer da kommen noch mal welche scheinbar erwischt erwischt also ist schrotelnde super dafür jetzt ideal meine neue sniper ist auch echt ganz gut weil in einem schönen schneiden feuerrhythmus hat von oben ab ich mache um mal die human entdeckung ja ich habe irgendwie die vermutung dass sie vielleicht von unten kommen könnten also hier oben ist musst du den repeater einsetzen ja ja ich habe noch grad ja was grünes gehabt das musst du halt die noch schnell mitnehmen und looten alter ninja looter alter da so greedy da wird er richtig greedy kennt er nix dann nimmt er alles mit so aber jetzt komponente drin aktivieren sie das energie ja ich hoffe sie können im dunkeln sehen weil ich den kontrollraum auch um die sache abzuschließen da drüben steht da rechts neben uns übrigens in dem kontrollraum naja wir haben kann wohl kein licht doch was ist für dich aber bei ihm ist es dunkel naja ja aber bei uns hier auch das ist ja so wie die notbeleuchtung gefühlt an nachher nachher was sagt man dazu doch ich dachte natürlich war ich mir wieder eine bessere deckung hier und wo ach da unten die kommen hoch ober du musst mich umstellen ja hier stehe ich besser definitiv ja die kommen aber auch von anderen seiten ne ja ja aber erst mal ist das hier schön da hinten alter sind das da mal viele aber ich habe ihn ja habe sein wuchswerk erwischt das ist einfach das schönste wenn die er explodieren geradeaus feinde nähern sich ihrer position ich habe ihn erwischt wie sein gast lang wieder ach die snipers toll ne ich habe ihn aufzug aber schön ja das sind dann wollte ich mir ach ich bin am arsch komm ist er am arsch dann frage ich mich auch grad oh gott das sind aber viele was ist das denn für ein typ ok der braucht ein bisschen mehr wohl da kommt einer hoch ober hab ihn weg ah nice danke oh gott du gott du gott du gott irgendwie klar ach gott ich lauf ich lauf ich lauf ich lauf ich lauf oh gott die anderen machen mich aber auch gerade mehr in märisch bleibt dann aber so doof stehen irgendwie ja schöne kai gerade als du geschossen hast ja hätte ich mal nicht geschossen da ist er weg der war nicht ohne auch wenn dann eine weile stand also nicht besonders intelligente typ da ist mal was grünes bei mir wer soll verschwinden das ist doch ein wort ok den aufzug betreten mache ich da oben noch ein erster hilfepäck ich nehme es nur noch mehr mit ich bin nicht voll ich bin nicht voll und nochmal irgendwas irgendwas was ich nicht weiß was und also ich muss sagen vielleicht meine erste entschätzung nach wieviel wieviel spielstunden haben jetzt zwei ungefähr ne sowas ja und bisher bin ich echt mega positiv überrascht ich war überhaupt nicht gehypt von dem spiel ich war sehr verhalten ich habe zu andy auch gesagt dass er mich gefragt ob ich hole ich sag so ja ich glaube nicht ich würde es nicht so interessieren sieht nicht so interessant aus und so weiter ich war wirklich sehr verhalten von dem spiel und bin mehr als positiv überrascht weil es wirklich richtig spaß macht und echt rund ist so insgesamt gefällt es mir echt sehr gut absolut weil es atmosphärisch einfach auch genial ist dank ihnen sind wir zurück im geschäft Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte wir sprechen uns wenn sie wieder hier sind also ab ins Basislager oh guck mal plus 700 Tech-Flügelgüter haben wir bekommen ja ja das war ja gut Tech-Flügelgüter das haben wir immer bekommen stimmt das ist mir irgendwie nie aufgefallen doch doch das war immer mal zurück also ne bin ich komplett bei dir denn mein erster Eindruck in der Beta war ja auch schon immer sehr sehr ordentlich aber unterm Strich wie gesagt jetzt spielt man ja ein bisschen mal intensiver das ganze ist schon wirklich ein super Spiel geworden also so so was man bisher natürlich nach zwei Stunden sagen kann aber ja also ich hoffe wirklich dass der Endcontent auch weiterhin so spannend und spaßig bleibt definitiv ja aber insgesamt rein vom Gameplay macht das ja auch echt schon Spaß und ein guter Deckungs-Shooter die Shooter-Komponente fühlt sich echt sauber an da drüben gibt es das Nachschub übrigens da kann man jetzt rein und vergeht der Ursack ich finde es auch nicht zu leicht übrigens an welchen Laden erinnert dich das hier äh ja typischer Technikladen ja ich will ja keine Marke nennen Apple ne da kannst du übrigens hier gibt es auch so Güter also hier am Boden diese kannst du öffnen gibt es Elektronik und sowas cool es ist fürs kraften wahrscheinlich auch ne ganz genau sehr nice hier kann man es wieder öffnen hier gibt es auch noch also man kann selber quasi plündern ja so gesehen so gesehen ja ja macht es für mich nur noch interessanter ja ja und irgendwie ja es hieß ja in der Beta dass es wohl zu einfach wäre das Spiel meinten viele ähm bisher bin ich da gar nicht der Meinung ich fühlte mich jetzt in manchen Missionen schon gefordert also man müsste schon ein bisschen umsichtig zumindest sich hinstellen absolut und feinkräfte nähern sich schon wieder nochmal mein gott hoppala eigentlich völlig das hier machen das hier machen bam oh schon wieder 7 wenn man auch immer aufgehalten wird wenn man nach Hause möchte ja immer das gleiche in a-cook wie sie habe ich gefunden sehr schick sehr schick so jetzt noch müsste man den verteidigen oder ne alles gut ja ich habe auch ein paar credits paar exp nice und ein paar Sicherheitsflügegüter ja 60 ne also wie gesagt es fühlt sich unglaublich rund an und wenn im Gegenzug zu Destiny was ja damals auch sehr gehypt worden ist wenn hier der Endcontent wirklich noch passt dann hat das Spiel brutales Potential Destiny habe ich mir zum Beispiel von Destiny war ich gehypt wirklich richtig das hat mir deswegen war ich wahrscheinlich bei Division auch so ein bisschen verhalten ne Destiny habe ich wirklich gehypt habe mich tigisch drauf gefreut habe mir da sogar die bundled Version gekauft damals irgendwie also direkt mit der Playstation 4 Destiny war für mich ein Anlass die Playstation 4 damals auch zu kaufen und ich war maßlos enttäuscht von dem Spiel soll ja jetzt mit dem Addon wesentlich besser geworden sein aber also ich muss sagen vom Shooter Part war Destiny gut aber wie gesagt der Content war halt einfach Fail und das war eben und das wie gesagt wie gesagt bisher geht es mir ja hier ist auch so der Shooter Part ist sensationell der Content bis jetzt ist auch gut aber es sind halt auch 2-3 Stunden erst ähm der Hauptteil spielt ja dann wohl irgendwann in der Dark Zone also von dem her mal schauen wie das dann so ist aber bis jetzt fühlt es sich wirklich wirklich stimmig an in der Dark Zone kommt die PvP Komponente dann ein bisschen mehr zum Tragen ne genau ja sehr stark sogar so ich spreche mal mit Paul Rhodes hm ich bin dabei hey ich bin nicht sentimentar aber sie haben mich da rausgehauen also danke ich weiß sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür meine Arsch gerettet zu haben zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen ah Regierungsstandard verstehe schön dass die die Messleute noch immer so tief halten dass selbst Kakerlaken einfach drüber opzen wollen sie Qualität kaufen sich privat so läuft das in Wasser also ja die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten Strom Wasser das ganze drum und dran nicht dass sie der Erste wären hab gehört ein paar von euch sind verschwunden als die Scheiße los ging dazu hätte ich ein paar Theorien parat ich meine wenn sie da draußen die Stadt neu verkabeln stochern sie rum sehen sie was sie finden vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt ich würd's glauben ist schon mal passiert meine Frau hat sie auch verschluckt ein Wunder dass ich noch hier bin es heißt ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker Tja wer immer das gesagt hat ist ein Arschloch na los finden sie was raus ich sag ihnen was sie zu tun haben passen sie auf dass diese Scheißstadt sie nicht auch noch verschluckt ja das ist ein typ absolut die Stadt ist ein Arschloch ja so den Laptop wird benutzt der Techflügel will an den Mann gebracht werden Steuerraum lasst uns hier einfach zack Techflügler fordert Techküter okay damit kann ich arbeiten sie sind ziemlich geschickt wissen sie das ja das können wir ja schon das können wir ja auch schon oh da gibt es eine Fertigkeitsbelohnung ein Geschütz auch schön Zentralheizung kannst du dir als zweites mitnehmen witzig süßlinige Satellitenverbindung die Satellitenverbindung ist für die Dark Zone interessant ja habe ich grad die Satelliten hab ich grad klar gemacht wir können die Infrastruktur überwachen Wärme, Wasser, Elektrizität guter Schachzug Agent so also dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich für die Aufmerksamkeit es war mal wieder ein Fest hat mir sehr viel Spaß gemacht ich hoffe euch auch und kann nur sagen bis zum nächsten Mal Euer Alkaramba Tschüss